Am Freitag gab es beim Moos Biker Treff in Krefeld eine neue Veranstaltung. Das Moonlight Meeting. Um kurz vor 6 hatte Michael noch Sorgenfalten auf der Stirn. Erst 3 Autos auf dem Platz, hält das Wetter und wird die neue Veranstaltung angenommen. Die Sorgen waren unbegründet, denn ab 18 Uhr rollte ein Fahrzeug nach dem anderen auf dem Platz. Das Moonlight Meeting. Um kurvste ist ein Fahrzeug nach dem Platz. Das Moonlight Meeting in Krefeld, hält das Fahrzeug nach einem Krefeld. Aber Letype ist ein Fahrzeug nach meiner Veranstaltung an degeneinander. Das Moonlight Meeting in Krefeld braucht die neue Veranstaltung. Das Moonlight Meeting dass die Vorominmann mit der Vertraue. Und dann setz dich vor die Vorbereitungen. Das Moonlight Meeting. Das Moonlight Meeting ist sehr gut. Das Moonlight Meeting hat lieber mit dem Spiel. Das Moonlight Meeting mit der Welt Kurt flagsgeeksㅎㅎ Und so ging es dann Schlag auf Schlag. Parkplatz und auch der Biergarten füllten sich. Während auf dem Platz noch von einigen das rückwärts einparken geübt wurde, machten es sich andere schon im Biergarten gemütlich. Ja, und obwohl es bei Mo ja ein breites Angebot an Speisen und Getränken gab, hatte auch der ein oder andere sein Stullenpaket mitgebracht. Musik 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 Das war's für heute. Am Abend wurden dann die Feuertonnen angemacht. Der Biergarten war proppenvoll und im Restaurant lief ein Film mit Sascha und Ole in der Hauptrolle und an der Cocktailbar sorgte Mo für leckere Drinks. Musik 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 So, das waren die Bilder vom Moonlight Meeting. Ich denke, das Team von Moos Biker Treff hat die Premierenveranstaltung super umgesetzt und es hat allen gefallen. Ich mache jetzt mal so langsam das Licht aus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.